dunkle grüße und willkommen zurück zu dragon ball z kakarott was wollte ich eigentlich machen hier ich habe es vergessen keine ahnung habe ich eine nebenaufgabe ich habe eine hauptaufgabe die mache ich mal wird schon stimmen so ne ja ich warte immer noch auf dem free flow moment wo ich machen kann was ich will um die ganzen berserker mal anzugehen denn ich glaube so langsam zumindest die im nicht-boss-berserker dabei mit dem platz in der nähe sollte ich inzwischen die für die finn kriegen relativ einfach bin ich der meinung die wir schauen statt mit der 44 aber man weiß ja immer nicht so genau hier war wieder ein gerufener typ wahrscheinlich war ja kein leben fest ja ich fliege mal hin sicherheitshalber aber es müsste eigentlich eine dragon ball geschichte sein eine belebter toter nicht mehr auch nicht weniger aber trotzdem bevor es verpasst am ende lieber mal nachgucken es ist nachbar ja ja ich hatte wie immer recht aber wie gesagt vorsicht ist besser als richtig nach sich ab zum xp boost event tja ich bin übrigens gespannt das will ich nun mal erst mal im vorfeld sagen ob das training im raum von geist und zeit so was wie ein mini spiel oder ein tafeliges training enthalten wird ich hoffe drauf obwohl ich genau weiß dass es nicht passieren wird und dann werde ich natürlich wieder enttäuscht sein aber soweit sind wir noch nicht ganz he's been like that for three days now just standing there krass war that's vegeta for you if i had to guess i'd say he's probably thinking about how to go beyond supersane drei tage lang hey don't bother me kakarot get lost genau oh come on don't be like that i know a great place to train it's called the hyperbolic time chamber nein nein der raum von geist und zeit du musst dich schon richtig aussprechen dummer ami you can get a year's worth of training there in just one day it's up at commies look out are you serious serious aber da ist kein schwerkraft generator nur fürs protokoll ganz ehrlich ich würde auch so gerne so einen raum haben wo ich einfach rein gehe und keine ahnung gitarre üben let's plays machen dies das und jenes songs schreiben und dann rauskommen und auch guck mal das ist erst morgen wobei ich mich immer gefragt habe ob man in diesem raum dann tatsächlich altert weil auf den ganzen wikipedias heißt es ja immer son goku wie geht da sind so und so alt in klammern physisch aber so alt wegen training bla ich meine im geist altert man auf jeden fall ist ja klar man erlebt ja die zeit und so weiter aber ich bin mir nicht sicher ob man ihn zumindest in dieser version bei dragon ball es gibt ja im echt leben kein zuvergleich ob man da tatsächlich auch körperlich altert im raum von geist und zeit wenn man halt ein jahr drin verbringt ich würde mal denken eher nicht tatsächlich also ich tendiere zu nein wahrscheinlich eher nicht auch wenn das natürlich unlogisch ist weil man man baut ja auch kraft auf wenn da trainiert also der körper kann sich auch mal schon verändern also müsste rein theoretisch ja auch altern es sei denn das ist so eine art traum dass man einfach wie so inception like erklärt dass man da einfach dinge schneller erlebt und verarbeiten kann entsprechend das ganze beschleunigt also man nicht tatsächlich ein jahr trainiert sondern einfach plötzlich die ein zwei tage die man dann draußen verbringt aber es einem so vorkommt wie zwei jahre weil man eben in dieser dimension so frei von allem ist und einfach schneller reagieren kann das ist natürlich auch eine möglichkeit das wurde ja nie irgendwie erklärt aber es wäre jetzt mein ansatz um das vielleicht in der realen welt mir zu wünschen und zu haben und wie es dann sein könnte so nö ok wenn es denn sein muss hey die historie sind auch im nix wert jaja wo man dazu sagen muss dass natürlich son goku als kleines kind ne das war ja noch nichts mit der kraft die er heute hat abgesehen davon wenn son goku damals schon im mord drin war könnte er ja jetzt eigentlich nur noch elf mord drin sein aber es wurde auch nie gesagt oder irgendwie erläutert also vielleicht regeneriert sich das irgendwie als sie es ja damals man kann nur ich weiß gar nicht das ein jahr oder zwei jahre bis ein oder zwei tage draußen kann man nur drin verbringen danach kommt man nicht mehr raus weil der eingang verschwindet warum auch immer das wurde ja mit super jetzt auch so halb halb revidiert weil man damit mehr aus das training im trauen so einem raum von geist und zeit der wobei jetzt aber nur wie gesagt halb revidiert wurde denn jetzt endlich er war es ja auch ein anderer raum von geist und zeit Und ich glaube es war sogar andere waren da waren sogar andere teilen Zeit anhalten wie die zeit da vergeht also es war viel bei anderer raum gewesen sei kann man es vielleicht damit erklären wenn man dann möchte Also wollte es nicht direkt gerettkont wie andere sachen zum beispiel mehr oder weniger gerettkont wurden Aber was kann immer sein dass man tatsächlich irgendwie dich dann Könnte theoretisch auch sein dass ich das quasi regeneriert die zeit und man ist mal so und so lange nicht mehr drin gewesen dass man dann wieder rein kann dass man nicht am stück bleiben kann das ist würde auch so genau glaube ich nie gesagt daher wer weiß wer weiß very well this way okay the room comes equipped with a bath toilet bed and food good luck to you raum ist gut Are you sure you want me to train harder kakarot my end goal is to take you out after all Ja 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 It's probably gonna take more than one of us to take this enemy down Go forward knowing that okay okay in the future you may very well regret this Eigentlich ist der quatsch was wir geht das habe ich meine nur weil er zuerst trainiert heißt ja nicht dass er gar nicht trainieren wird Ist eigentlich auch ein tag drin und hat das Jahr Zeit ne If it's okay we'll head in first Ja das war auch so abgemacht Good luck guys and play nice Tja Tja ja Father und Sohn So ist es dann wohl Ach ja Na ja Vor allem ist da kein Raum Wobei ich gerade sehe es ist mir aufgefallen im Manga tatsächlich oder im Anime Die beiden Seitenhäuschen da Kann man die betreten Haben die irgendeine Funktion Denn ich sehe jetzt von vorne ist halt ne Wand Von der Seite ist ne Wand oder ein Fenster vielleicht Und von innen steht was davor Wenn überhaupt dann wer auf der Rückseite was Aber irgendwas muss ja da drin sein im Prinzip Hm Was ist da die Küche oder sowas Wobei das Essen natürlich jetzt auch Da ist Essen drin ja es reicht aber doch garantiert nicht für ein Jahr Und keine Ahnung das ist auch merkwürdig Vielleicht ist das Essen hier endlos und regeneriert sich Ich hab keine Ahnung wie dieser Raum funktioniert Mit diesem Vater wohlgemerkt Oh darf ich jetzt tatsächlich was machen Ich glaube ja Hey Boah eh Das ist zwar kein Minispiel aber Es ist schon fast mehr als ich dachte Also als ich tatsächlich erwartet habe Attack Nicht blocken Nicht blocken hab ich gesagt Warte Aua Er hat geblockt die Sau Aua Aua Manu reicht mir jetzt hier So ne Mann So nicht du Hier nimm das Das ist echt stark die Big Bang Attack Haha geblockt Hammergeil wie stark die ist Whiii Ne Milliarde XP Big Bang geht euch rein Ganzer Lebensbalken runter Dann mitte So Ich hab auch noch keine Attacke Vor allem Ist das ja 100% einfach instant trifft Ich so jetzt kam ja Ja ist man mittlerweile den Strahl ab voll Zack ist es da Super gut Du bist so stark Aber nur halb Genau genau Ich überlege da diese Stelle Diese Dialoge Die gab es im Original doch gar nicht Oder es kommt mir gerade komplett neu vor Und auch ein bisschen out of character Ne klar irgendwie ist es schon Vegeta Aber zu seinem Sohn ist er doch eigentlich gar nicht so pösartig Also klar er zeigt jetzt nicht seine totale Zuneigung Es ist ja auch Vegeta Aber das kommt gerade bisschen sehr harsch und merkwürdig vor Das freut mich für dich Das habe ich schon verstanden Ich denke die perfekte Nicht die ultimative Mit die selten Gespräche Und das Selbstgelache Für nichts hat wie er nichts Naja wer es braucht Wieso macht es da jetzt bumm Er muss sich doch eigentlich aussaugen Ey ich würde gerne was sehen Hallo Ja was auch sonst Ja ich bin nicht überrascht Storybelohnungen Ich habe ein paar mit drei Sternen gekriegt Was sind das die 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 Grenzen sprengen Und mehr als die eigentliche Zahl zulassen Muss ich mal bei Gelegenheit wieder überprüfen Aber nur fast Es fehlt noch ein wichtiges Event Glaube ich das jetzt kaum Ei 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 Ich hatte ja das Kurs nicht Ja wahrscheinlich ne Tja wer weiß wer weiß Wobei ich jetzt damit gerechnet habe Eigentlich dass er erstmal Son Goku was macht Weil der Tag jetzt schon fast um ist Aber vielleicht bringe ich es gerade chronologisch durcheinander Aber vielleicht auch das Spiel Ich bin mir nicht ganz sicher So is Goku here Sale is Goku Jetzt muss doch So Hat er So gesagt Ich habe Sale verstanden Ich sage ja die wissen wo was hier ist Naja Nö aber wo denn sonst Dann tell us where we can find him Do you honestly think we are just going to tell you Ja Your choice You can either tell us or we can make you Naja Fine by me There's a deserted island not too far from here We'll settle it there Man You guys aren't making this easy on yourselves Sorry But you're going to stay right here You'd only be getting in the way Genau genau Ach Piccolos so ein badass So ein cooler kleiner Typ Ja ja Gibt es jetzt eine Nebenquest Wahrscheinlich nicht Aber ich will nur mal gucken Nein Wir dürfen nichts verpassen Na komm Gib Gas Du wolltest beim Stick klick nicht akzeptieren gerade So XP gibt es immer noch einen Bonus Alles wunderbar Aber Piccolos jetzt nicht so extrem braucht Ich bin natürlich voll falsch geflogen Naja aber nicht jetzt Also nicht die jedenfalls Und vielleicht Nein die auf gar keinen Fall Mist Ja Das denke ich aber auch Keule Den haben wir erwischt Haha Ich hab so viele Kugeln Nur durch durchrasen Und Story Oder einsammeln Äh VTF Wie so töten die denn du willst Informationen haben Das ist ja voll dumm von dir Abgesehen davon Ich denke auch Okay Ja das war einmal so Genau ich muss nur ein verschrotten Aber ist er ja auch bereits seiner zweiten Form sehr mächtig ist So wo es nicht Und yeah Nimm dieses Da Big Bang wäre fast doppelt so stark gewesen an der Stelle Macht ja nichts Oh oh Schussschild Okay meinetwegen Nimm das Okay der hält offenbar länger Jetzt aber Hör auf damit Wur ich da ran Nein tu ich nicht Haha Schon wieder erwischt Hör auf hier leben Das gibt's doch nicht Also fast Na komm mal raus Bam Bam